Nice, Bro. Leider tot? Ah, ah! Oh mein Gott! Scheiße! Ist er tot? Scheiße, er hängt in der Tür fest. Ich hab's gesehen, Digga. Oh, der Arme! Ihr macht Musik nicht für euch, sondern für den Hype. Rogisch. Du hast die Ziele verträumt, leuchtet ihr nicht ein Penner. Du hast eure Nikes. Nimm einen schönen neuen Helm. An diesem wunderschönen Schrank können sie ihre Waffen modifizieren. Wenn sie wollen, können sie auch gerne sich hier einen Kaffee nehmen. Naja, müssen sie selber zahlen. Du musst aufpassen, das ist nicht Call of Duty. Ein Schuss, du bist weg. So, ich suche eben eine Map aus. So, ich nehm die Schrotflinte, du musst aufpassen. Ich nehm die Schrotflinte, mach die Tür auf. Ja, mach die Tür auf. Okay. Ich hör einen. Drinne. Ist er drin? Oh, Scheiße. Shit. Shit. Das war ne Geisel. Ich hab ne Geisel getötet. Scheiße. Pass auf, rechts von uns. Oh, Bro. Pass auf. Schön. So, hier ist ne Geisel, Geisel, Geisel. Oh, werd geflasht, werd geflasht. Werd geflasht. Vorsicht, Vorsicht. Du musst in mein Spiel reinkommen. So. Hab ich. Warte, warte. Fessel ihn, fessel ihn. Fessel ihn, Ali. Geh an seinem Kopf und drück F. Hä? Ja, ja. Dann fesselst du ihn. Fesseln. Wir müssen den Geisel fesseln, hinter seinem Kopf gehen und F drücken. Hinter seinem Kopf gehen. Oben sind ganz viele. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Sehr gut. So, mit R, wenn du R gedrückt hältst, kannst du durch dein Magazin gucken. Wenn du R gedrückt hältst. Drückhalten? Ja. Hier ist ne Oma, hier ist ne Oma. Bist du oben? Ich bin oben. Ich bin hinter dir. Links sicher. Toilette sicher, Badezimmer sicher. Let's go. So, fesseln, fesseln. Open the door. So. Was macht der Liga? So. Open the door. Du kannst auch selber Tür aufmachen, Bro. Obwohl. Oh, warte, 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 warte. Du kannst mit deinem, mit dem Ding was du hast, kannst du unter die Tür gucken. Guck unter die Tür. 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 Du nimmst dein, dein, mit fünf nimmst du dein Ding ins raus. Ja. Und dann, äh, musst du unter die Tür gucken. Kinderzimmer. Kinderzimmer. Ist da jemand? Rechts sicher. Rechts sicher. Hier liegt nur rum. Ist da jemand? Guck hier runter, guck hier runter, guck hier runter. Ich guck, Bro, warte. Guck runter. Guck mal links und rechts, ob da fallen liegen. Links, rechts, ob da fallen liegen. Ja, ich guck gerade, warte. So, guck links, rechts, ob da irgendwie ein Band liegt, ne Bandgranate. Ist ein Geisel. Wenn wir reingehen, linke Seite ist ein Geisel. Ich mach Tür auf. Okay, 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 okay. Pass auf. Nicht, dass du Geisel aufst. Okay, mach Tür auf, mach Tür auf. Nein, nein, nein. Okay, Badezimmer. Sicher. Nice. Okay, fessel sie. Ich fessel sie, ich fessel sie. Alles klar. So. Nice. Good job. Haben wir, haben wir. Nice, nice, nice. So, mit Tap kannst du dir die, äh, kannst du die Mission reinziehen. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Ich will weiter, ein Raum weiter. Ich mach die Tür auf. Alles klar, ich komm schon, ich komm schon. Was? Tot. Oh mein Gott, ich bin so damaged, ich bin so damaged, ich hab zwei getötet. Great work. Keep going. Pass auf, Bro. Oh nein, ich Idiot. Okay, ist da jemand direkt vor uns? Nein, nein, nicht direkt vor uns. Okay, ich mach Tür auf mit Schrotflinte. Ihr haltet drauf. Mach auf, mach. Okay, ich schüsse, schüsse, schüsse. Also, schüsse. Ich flash. Ich flash. Pass auf, pass auf. Wo? Wo war der? So, ich schüpp, direkt wenn du die Tür aufmachst. Dahinter. Zwei Meter. Ungefähr. Hast du? Pass auf, pass auf, pass auf. Alle tot, alle tot. Und seine Waffe. Ist sicher, ist sicher. Okay, wir gehen rechts rein. Wir gehen rechts rein, rechts rein, rechts rein. Mach Tür auf. Rechts? Hier rechts. Hier rechts in die Tür. Achso, da rechts. Okay, okay. Bist du bereit? Okay, nein. Nice. Nice, wir haben Meth gefunden. Okay, mach Tür auf. Okay, okay. Kannst du deine Hände auf, bitte? Rechts sicher? Okay. Oben sind welche, oben sind welche am laufen. Rechts sicher? Ich helfe mir nicht. Warte, ich helfe mir nicht. Mach Tür auf. Eine Geisel. Stark, stark. Ich gehe fest. Warte. Eine Waffe, eine Waffe, eine Waffe. Ich bin am Bluten. Ich brauche Backup. Oh mein Gott. Hopp, 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 hopp. Scheiße, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ja, ich habe mich so erschrocken. Der hat dich voll erwischt. Ja. Scheiße, Digga. Digga, GG. Scheiße, soll ich ne... Affe, können wir neu starten? Ja, mach Peak, mach Peak auf. Noch einer, noch einer, lass einer. Rein. Nice, Bro. Einer tot? Oh mein Gott. Scheiße. Ist er tot? Wie kannst du die Tür treten, Digga? Äh, da steht Kick. Scheiße, er hängt in der Tür fest. Ich hab's gesehen, Digga. Oh, der Arme. Nice, nice, nice. Digga, sein Kopf hängt in der Tür. Guck dir was wir haben. Der Arme, Digga. Okay, wir gehen rechts durch. Rechts durch. Ich mach die Tür auf. Ja? Nein! Digga, ups. Oh mein Gott. Abwarten, abwarten. Alles gut. Okay, vor uns der Geisel. Die können auch ne Waffe ziehen. Die können auch ne Waffe ziehen, lass es nicht beeinflussen. Mach die auf. Die Tür ist auf. Mach auf. Mach die komplett auf, komplett auf. Hier kann ich treten. Oh mein Gott. Achso. Ist safe, ist safe. Auch safe. Fesseln sie, fesseln sie. Ich guck nach oben. An Treppen keiner. An Treppen keiner. Willst du den Flash werfen, Rob? Ich glaub, der ist links von uns jetzt. Hier oben welche, aufpassen. Ich werf links den Flash rein. Ja, ja. Wollte ich grad sagen. Was? Wo, Bro? Hinter dir, Bro. Du musst da links rechts gucken. Egal, ich spiel die Runde. Ich spiel die Runde. Scheiße, Digga. Sollen wir das machen? Okay, wir spielen weiter, wir spielen weiter. Hast du da jemanden? Da ist einer, da ist einer. Reise, glaub ich. Einen hab ich. Ich bin am Bluten. Fesseln die Geisel, fesseln die Geisel. Oh, Bro, du bist ja richtig ein Profi. Ja, das braucht schon ein bisschen dein Ding, ja. So. 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 Okay, kannst du runtergucken? Guck runter. Okay, nice, nice, nice. Muss nachladen. Okay. Aufmachen. Ich mach, ich mach, ich mach. Aufkicken, okay. Nice. Reine. Ach, das ist der normale Floor. Okay, dann lass die rum, lass die rum. Tür auf. Okay, ich weiß nicht, ob die eine Falle sein könnte. Ich weiß nicht. Okay. Ich mach auf, ich mach auf. Badezimmer. Okay, ich mach auf. Aufpassen. Werfen ein Flash rein. Schön. Clear? Clear. Alles clear. Alles sauber. Alles sauber, Digga. Wir müssen noch das Map lokalisieren. Hier ist noch einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Wir müssen dann durch. Ich bin noch nie so weit gekommen. Ich bin noch nie so weit gekommen. Auf dieser Map. Ich mach dich, die auf. Ich mach dich, die auf. Hier ist die steps. Steps, steps. Habisch, habisch, habisch. Habisch, 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 habisch. Team, tag him and keep moving. Okay. Hier unten ist nix. Gibt's hier irgendwie MEF oder so, was wir lokalisieren können? Ja, das ist, wenn wir hoch sind, dann ist da so ein Kalas. Lass mal runter. Nee, wir müssen zuerst hoch. Rechts die Treppe gleich noch. Und dann ist... Drop the gun. Habisch. Nimm seine Waffe, nimm seine Waffe. Okay. Können wir hier hoch oder sollen wir zuerst hoch? Dann lass zuerst hoch. Nee, wir können hier hoch. Okay, dann gehen wir hier lang. Gehen wir hier lang. Dann gehen wir hier lang. Ich muss nachladen. Nice. Ist das das MEF? Nice. Was? Was? Wir sind tot. Wir sind tot.